wieder bock richtig weggeschwitzt zu werden auf jeden fall ich gebe da hinten einfach ausversiegend stream gestartet das ist ja verstanden wenn der stream das gelaufen wäre aber das ist schon asi oder ich glaube wir können gleich links hier holen darüber gehen aber hierhin um unser was zu holen das auch nicht richtig unser lo wasser gegen irgendwas ich höre eine bombe oder so zonen übrigens ja ich weiß ich weiß gut das hier oben hast du ich gehe mir hier zum load so gut an der tür bin ich oder das war für links irgendwo da und da ist von gar nicht erst auch mit legale zone 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 er macht eine platte rein bitte wenigstens halbe aber noch ja ich hab sie sehen das schießt wir müssen weiter er lebt noch er war immer noch auf der selben position ja ja im smoke digga das hau tatsächlich gecheatet alter junge es sind noch 24 leute am leben hat er gerade auf uns gezielt also sehr gut das war ja nicht scheiße geräder geschossen hat das aber aus mehr da da weg waren war genau bei der zone drückt uns hier rein hier ist immer noch jemand hier ist ja auch nicht und wo sie gar nicht ich habe noch nicht gesehen er hat nur auf einmal die schütze abkassiert da oben haben wir haben wir haben wir die war nicht so ach jetzt mal ja der gab von hinten und einer hat mich nahkampf gefetzt alter das ist ja auch mit irgend so einer was weiß ich ach der hat sich da hingekämmt alter der andere hat mich abgeschossen hat es da voll auf mich hoch egal das war es mit mir wusste es doch alter hinter mir war was egal du machst das schon die hast du nicht war was rauch hast du nicht war jetzt holt er dich auch nahkampf jetzt geht der nahkampf auf den bock war ja digga weil der so ein drecksmetter hat alter junge ist das das ist der selbe der mich auch geholt hat alter